Ich bin ein Pirate, Lion! Das ist wieder Wochenende, der ist schon wieder weg. Aber ist ja schon deutlich nach 10. Okay, Peter! Ja, aber das ist los. Alter! Hast du hier alles beschossen? Du kannst doch nicht unsere eigene Leude beschießen. Er hat hier nur mich beschossen. Alter, Bram, hier ist sogar tatsächlich ein Ding kaputt gegangen. Ankerlichten. Bram, warte doch mal, Junge! Aber ich renne jetzt einfach auf das Schiff. Okay, das heißt, wir haben einen Auftrag, ich soll jetzt aufs Schiff rennen. Ja, wir gehen jetzt aufs Schiff. Ich renne das grad nicht so einfach. Boah, das ist ja dann alles voll gekotzt! Boah! Alter, ich kann irgendwie nicht gerade laufen. Ich kann es nicht mehr drin halten! Boah! Boah! Ich komm, die sind leider nicht mehr hoch. Alter, was haben wir denn für Pussypiraten, die noch zwei schon direkt komplett voll besoffen sind, ey. Ja, aber vielleicht war das grob, das war gar kein Bier. Aber haben wir einen Eimer? Hat jemand Schiff auf hier? Oh, jetzt hat mich schon wieder Christian voll gekotzt. Nein, ich hab immer einen Eimer gekotzt, jetzt hab ich einen kotzer Eimer. Ja, oder ein Anker, Anker ist auch gut. Ja, super! Alles klar, und los geht's, Jungs! Ich glaub, ich kann nicht schwimmen. Du fahr erst die Segel ein, Bram. Sonst schuht doch, oder? Achso, ähm... Mussten wir das machen, Sepp, oder nicht? Ja, aber das Schiff, das dreht sich ja dann irgendwann, oder? Es gibt überall Schätze, Bram. Wir sind in dem Piraten-Utopia. Ich hab Holzbrett! Ich hab Holzbrett! Wie so ein Typ, ey. Also, darf ich das Ding jetzt mal probieren? Also, ich schmeiß das jetzt über Bord, ja? Also, ich stimme dagegen. Ich stimme auch dagegen. Sind es drei dafür bisher? Bustian? Drei dafür? Ey, Anker! Was ist das denn? Weißt du, Bram macht nur Spökes hier! Ja, was machst du denn schon? Oh, Bram zu fokusen, ey! Du stehst hier vorne nur und guckst halt im Wasser rum! Ja, mach doch selbst den Anker! Ja, hab ich doch auch! Ja, und zu weinen! Haben wir denn keinen Beiboot? Ja, mit B drücken! Aber das geht nicht! Wenn du B gedrückt hältst, dann kommt der gerade wieder ein! Wie? Ich hab B gedrückt! Segel, lol! Ich glaub, wir haben kein Beiboot vor. Ich hab den falschen. Ja, ja, Segelwinkel einstellen, natürlich. Ja, Bram, da oben wirst du auch keinen Beiboot finden! Ich wollte nur mal kurz gucken! Bram, wer hat denn jetzt die Truhe? Ich hab die Truhe! Mit nach oben genommen ins Kränen-Nest! Wer hortet jetzt den Schatz, der Bram? Oh, ich bin runtergefallen! Ich hab ne Frage, ich bin doch... Bin ich ne Frau? Ja, du bist ne Frau! Du bist eine dicke... Hab ich jetzt ein Bärtchen? Warte, warte, warte! Oh Gott! Oh Gott! Vor allem mit dem Liedschatten! Hat irgendjemand mal Mulan gesehen? Ja, ich helf dir eben! Ja, genau so siehst du aus, ey! Das ist ein Joke! Ich hätt gern die AWP! Ach, die, ja? Das ist ein Auge des Weitblicks! Ich hätt gern AWP! Das ist AWP, Junge! Alter! Ey, Chris macht sich jetzt auch anders! LOL! Guck mich! Guck mal! Du hast... Du hast keinen... Ich hab einen Hawken! Du hast einfach mal spontan den Arm abgenommen und das Bein! Das ist halt abgefasst! Das ist legend! Das ist legend! War eigentlich nicht, ey! Ja, ich glaub, das ist... Also realistisch... Du weißt, der Holz schwebt ja oben! Alter, brauche die Kotze! Ich kotze in meinen Krug! Hahaha! Wäre genau... Ich kotze die Kotze wieder trinken! Das ist okay, das ist okay! Hahaha! Moment! Den war ich noch kurz leer! Hahaha! Waaah! Das ist so Wienerlich! Einfach, du! Dein Kotze... Das ist gut getrunken! Das haben wir nochmal vollgemacht! Alter! Oh Gott! Das war... Dieדר le Mann kann... Man kann... Man kann mit Kotze werfen! Ich fang ihn unter Wasser! Wo wohi ich... Wo ist er hin? Muss ich dich schleppen? Alter, wir legen ab. Ja, was macht ihr denn da? Kein Problem, tschüss. Alter, Bram, du spielst ein bisschen streng. Schau mal die Segel ein. Komm, Randa. Ja, und jetzt einfach links fliegen. Bram. Okay, Bram, bist du ein bisschen übers Ziel hinausgeschlossen, tatsächlich. Ja, aber das hat das auch mal gemacht. Ja, die Fliehkraft erhöht sich, wenn die Objekte schwerer sind. Ja. Mit der Truhschreiner über Bord gerannt. Okay, ist das nicht voll weit bis zur Hose? Nee, geht. In dem Moment rennt Peter. Nein, der ist ja mega weit weg. Wenn Peter singt, ist der immer Traitor, ey. Nee, dadurch fahren wir voll auf den Stein, das ist ganz blöd. Ja, sag ich doch. Das ist ganz blöd weiter nach rechts. Wow, Jungs, ey. Okay, wir werden kentern. Was passiert hier? Ja, ich bin nur der Steuermann, ich brauch hier Leute. Nein, die sind doch nicht komplett weg. Da geht schon wieder was kaputt gegangen. Äh. Weiter. Jungs, ich brauch euch und alle. Außer Sepp vielleicht. Oh mein Gott. Wir laufen voll was ab. Deswegen sind wir so langsam. Ja, ihr kriegt diese Geräusche, die kamen. Nee, nicht schuppen, nicht schuppen. Wir müssen erst, erst reparieren. Erst, erst reparieren. Sonst bringt das, wie hoch ich das Holz. Holz. Wie wir einfach alle oben stehen und so. Das war ja komisches Geräusch. Aber sonst ist bestimmt alles gut. Ja, das war nur der Mond. Ja, stimmt. Oh, Schütt, wir bewegen uns überhaupt nicht langsam. Mann über Bord. Hast du mir das runtergefallen? Ich wollte gucken gehen, ob wir aufgelaufen sind. Okay, Anker. Aber sind wir nicht. Nein, Segel 1 nicht reicht. Oder? Das dann schaffst du halt. Niemals. Guck mal, wie weit ich schon weg bin. Ich seh dich ja nicht. Okay, genau hinter uns. Wenden. 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 Da schwimmt der uns hinterher, ey. Warte, nicht den Anker ziehen. Bram. Was machst du denn? Warum nicht? Das ist doch gut. Ja, wir waren kurz auf den. Die Barros. Steilbord. Steilbord, jetzt stück noch. Ja, mach ich. Rechts schießen. Rechts schießen. Und schießen. Ja, ja, ja. Bram. Okay, jetzt braucht mehr Segel. Nee, Scheiße, die fahren schon wieder. Jetzt brauchen wir mehr Segel. Wer hat denn bitte den Anker geworfen? Bram, Bram, Alter. Wann machst du denn, ey? Alter, Ankerlichten. Wie kommen die davon? Das gibt's nicht. Oh Gott. Fehler wurden begangen. Oh, 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 oh. Scheiße. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Oh Gott. Alles gut. Oh, ja, ja. Drei Löcher, vier Löcher. Also wir haben auf jeden Fall irgendwann ein kleines Loch haben wir. Es ist der Rico Palazzo. Jawohl, ich hab den gekillt. Jawohl. Boah, braun, ey. Das ist noch einer, oder? Nee. Anker liegt. Komm, dann liegt ich mal der Anker. Damit ihr halt einfach rausbleibt. Probier mal. Ist das Schiff? Ja. Du fährst jetzt von dagegen. Du fährst jetzt von dagegen. Du fährst entgegen. Baum. Ich will nicht wissen, dass hier ein Flangerous Pleit ist. Oh, das war knapp. Ich hab getroffen. Nee, ich hab ein Skelett getroffen auf der Insel. Nice. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten beim Stream. Hoffentlich hat es euch gefallen. Lass gerne eine Bewertung da. Und kommt gutes Wochenende, liebe Leute. Tschau. Tschüss zusammen.